Was geht ab Deutschland? Willkommen zum dritten Videoblog von PA Sports, vom Glück zurück. Wir befinden uns gerade in der Hansestadt Hamburg, der Hafenstadt, wo die Party abgeht, wo alles abgeht. Ich bin jetzt mittlerweile das vierte oder fünfte Mal hier. Hamburg gefällt mir auf jeden Fall. Und zwar haben wir heute Promotion-mäßig einiges zu tun. Ich bin gerade auf dem Weg von Backspin und ich habe eine akute Verspätung hinter mich gebracht und gelegt, weil ich so ein unzuverlässiger Typ bin. Nein, eigentlich sehr diszipliniert, aber es gab heute Morgen einige Störungen und Komplikationen, sodass ich jetzt ein bisschen zu spät bin. Ihr habt jetzt mittlerweile einige Sachen von mir bekommen die letzten Tage. Am 13.4. kommt mein Album vom Glück zurück. Was ihr nach wie vor vorbestellen könnt auf Amazon, vorbestellen oder am Release Tag in den Laden laufen, wie ihr Bock habt, meine Freunde. Ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit, damit ihr seht, wie engagiert PA Sports meine Arbeit ist. Wir sind heute bei Backspin, wir sind bei Mixed Reward Deluxe, wir sind bei Supreme Rap und ihr seid live dabei, weil ihr die geilsten Fans der Welt seid. Habt ihr verstanden? Mein Name ist PA Sports, ich habe zurück meinen Führerschein, ich habe meinen Führerschein zurück, sitze im Pens wie gewohnt mit meinem Freund MoFenix und wir drehen hier auf jeden Fall mies durch in der HaHaStadt. Habt ihr mich verstanden? Viel Spaß, gib durch! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal einen und wieder Crush heizkete! Ho Chi! tous zum nächsten Mal wirklich? was Also, ihr wisst bescheid, 13.4. 13.4. Streben nach Glück kaufen auch. Hey, guter Hall. Barngeld, Kreditehass, sein. Streben, warte mal, warte mal. Hey, Baby, ich bin mit dem Bahn. Nein, will nicht. 13.4. hast du sein? Meins Ernst, ich bin ein Sklave. Das ist Marcelina, Marcelina, machen wir mal Grinland. Ah, er hat mich gefickt mit Marcelina, Marcelina. Ich zeig dir den neuen Shit. Ich zeig dir den neuen Rap-Shitern. Ich zeig dir den Real Rap-Shitern. Das ist der Real Rap-Shit. Wow. S-O-A. Ich bin ein Fan von mir. Bleib Fan von mir. Oder red ruhig über mich, denn auch ich red gern von mir. Ihr könnt euch gern formieren, kommen und gehen. Ich fick auch jeden Nachwuchs für ein Willkommen im Gang. Satz ist schon genug und ihr quittiert den Dienst. Du hast lang genug geboostet und verlierst den Dieb. Ich bin der beste Rapper, den du kennst. Er ist MC, an den du denkst. Der Grund, warum du dein Album fast der Wettstag meines Lebens nennst. Ich greife den Stahl mit der Hand und bringe weiter zu Fall. Der Meister ist da. Gewinn am Land. Hier kommt der tightere Mann. Wir sind auf die alten Zeiten kleben geblieben. Wir sind nicht so Newbies. Steht ihr? Wir sind auf dem Rap-Film herengeblieben. Am 13.04. mein Album. Ich fick euch damit. Ich fick euch. 13.04. mein Album. Egal, was ich hier für Filme mache. 13.04. mein verficktes Album. 23.04.